Herzlich Willkommen zum Rockhütten-Podcast! Was ist hier eigentlich los? Ja, so. Irgendwie. Können wir mal. Ja, so. Was ist hier eigentlich los? Ja, so. Wer ist denn alles hier? Was ist das? Ein bisschen voll heute in der Rockhütte hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mikrofone. Boah. Er kann zählen. Und es ist eine Alliteration. Fünf Mikrofone. Nee, fünf Phone. Was? Fünf Mikrofone, eine Alliteration. Fünf Mikrofone. Ja. Wer hat sich denn heute alles in die Rockhütte geschlichen? Das ist ja unfassbar. Also ich bin wieder da. Hallo Torben. Hallo Torben. Hallo Torben. Hallo Torben. Und wenn der Torben wieder da ist und mich mitnehmen konnte, bin ich natürlich auch hier. Hallo Horst. Horst, das würde ich einmal klären. Du hast mich zum Flughafen gefahren. Du hast mich doch gefragt. Du hast ja keinen Lappen. Ja, das hast du nicht gefragt. Ja, hat er dich sicher dahin gebracht? Ja, ich bin einfach. Pass auf, wenn du, pass auf, du kennst den Horst jetzt mittlerweile seit 125 Episoden. Ich weiß gar nicht, wer den hier angeschleppt hat. Der war einfach da. Der war einfach da. Wenn, du, also, du musst ihm doch gezielte Fragen stellen. Wenn du fragst, kannst du mich zum Flughafen fahren? Sagt er ja. Weil er kann es ja. Bist du befugt und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass du mich zum Flughafen bringen könntest? Da möchte ich einhaken. Oh, solange das nicht sein Auto ist, also Dennis sein Auto, muss er da gar nichts fragen. So. Ich bin mal jetzt halt da verantwortlich. Ja, aber ey, da spricht der Würstienverkäufer. Da kommt der Klugscheißer wieder aus ihm raus. Ja, der ist auch da. Jawohl. Aber es ist noch jemand da. Wer ist noch da? Und ich. Wer bist du? Das kennt doch keiner mehr jetzt. Dumme Sau, ihr. Also Jochen. Der Jochen ist auch da. Das ist der mit dem Leibgericht Seezunge. Richtig. Das ist die vollste Rockhütte, die wir jemals gehabt haben. Ja, der Qualm. Ja. Also wenn wir hier rauskommen, sind immer Geräusche, glaube ich gleich. Der Horst, der steht auch hinter dem Paravent, so eine Abstellkammer jetzt, der ist auch weil es so eng ist hier. Aha. Das ist ein Paravent. Du hast mich so blöd angeguckt. Ein Paravent. Ein Paravent. Geheißen so. Ja, ja, ja. Hinter der weißen Wand steht er. Richtig, ja. Schön. Was machen wir denn jetzt heute? So. Ja. Heißt uns doch mal willkommen, Torben. Herzlich willkommen. Heute am Freitag, den 17. März 2023 zur 125. Episode. 125 Episodes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja quasi ein kleines Jubiläum und deswegen haben wir auch heute ... Das ist 115 200. Mein Lieber. André, wie oft warst du denn jetzt schon da? Weißt du das schon? Eins, zwei, drei, vier Mal? Nein. Häufiger. 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 Das wäre doch mal eine Frage ans Publikum. Vielleicht kann man da was gewinnen. Was wolltest du denn verschenken? Ja, echt mal. Was willst du denn verschenken? Vielleicht eine Klugscheißerei von mir, wenn die was falsch machen. Ja, dann schick dir doch mal eine E-Mail an podcast.rockhütte.com. Wie oft war André S. aus MG bereits Gast im Podcast? Oder sollen wir für dich eine Hotline errichten? Dann können die Leute dich anrufen. Dann können wir was singen für dich. Ich kann es ja jetzt. Moment, was haben wir letztens? Da kommen wir gleich noch zu, mein Freund. Wir machen zu Weihnachten doch irgendeine Tasse. Was haben wir noch mal gesagt? Mit irgendeinem Spruch drauf. Irgendeine Scheißtasse oder so weiter. Dann machen wir eine Klugscheißertasse diesmal. Eine Klugscheißertasse. Ich weiß es nicht mehr. Mit ein paar Würstchen drauf? Ja, dann kriegt dann auch der Gewinner eine Tasse. Eine Klugscheißertasse. Aber erst im Dezember. Ja, wahrscheinlich kriegen die Leute das auch bis zum Dezember erst raus, weil die müssen ja jetzt jeden Podcast nochmal hören. Wenn dann im Dezember noch eine E-Mail kommt mit, wo bleibt meine Tasse, dann berufe ich mich auf Verjährung. So, Rubrik? Nee. Nee, Torben war dran. Ich muss gerade erst mal was ganz, ganz Schreckliches feststellen. Was passiert? In einer Packung Bohnenkamp sind nur vier Bohnenkamp. Ja, aber der Jochen muss noch fahren. Eben, ich bin auf Tabletten. Jochen, was hast du gemacht? Das sind wir alle. Kleiner Arbeitsunfall. Ich habe mir das Handgelenk etwas lädiert. Verknuspelt. Das linke? Kommt auf die Sichtweise an. Oder willst du die einfach nur drücken, am Samstag zu arbeiten? Klassischer Wichsunfall. Bis dahin. Kannst du mit der Hand noch ein T-Shirt halten? Ja, kann ich. Geht noch? Ja. Dann geht's. Mach mal so. Deine Frau ist ja auch noch da. Ja, das stimmt. Die Leute dürfen nur nicht mit Kleingeld bezahlen, sonst rutscht das in den Verband. Ja, also Samstag nur Scheine, Leute. Da rutschen die Scheine in den Verband, so wird der reich. Gibt kein Rückgeld. So, von mir aus können wir in die erste Rubrik einsteigen. Ja, sicher. Was geht an? Was passiert? Achso, hier. Hier am Samstag. Werte Gemeinde. Morgen. 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 Moin. Moin jeder ab. Morgen. Moin, fangen wir wieder an, richtig Gas zu geben. Volle Lotte. Wo sind wir? Hier im, wie heißt er hier, in Aachen, in Börsen, in den Bergs. Sind wir morgen. Mit Tom. Ich komm auch. Und Torben. Auch. Und mir. Und Jochen. Und Jochen. André. Nein, ich bin raus. Und der Axelander. Der Axelander. Ja, also wir kommen auf jeden Fall. Und Danger. Oh, Danger kommt auch mit. Bina kommt. Die kommt auch. Sind alle da. Und Klaus. Klaus kommt auch. Horst, was ist mit dir? Wir können uns alle sehen. Oh, man zahlen muss. Ach, der hängt dann wieder hinter der Bühne, unter der Bühne rum. Ja. Im Bergs ist ja unser. Guckt ihr den wieder unter die Rücke? Ja, ja. Der guckt wieder von unten durch. Lass ihn doch. Lass ihn doch. Vielleicht nimmt er wieder zwei Teenies mit nach Hause. Hat ja sonst nix. Wer hat uns. Ja, nix. Hallo nix. Wow. Sind noch schon wieder weit. Wir machen ja beide, ihr versteht euch, hm? So. Horst, die beiden Gäste auf Mute. Also es sind auch schon wieder weit über 400 Karten verkauft, ne? Schon fast wieder kurz vor ausverkauft. Wir schaffen es vielleicht noch bis Samstag, also bis morgen. Vielleicht ist ja morgen doch nochmal aus. Dann wäre es schon das sechste Mal hintereinander aus. Das wäre super. Fünfte Mal. Ne, sechste Mal. Ja. Ja, wenn er den Dezember mitzählt. Ach ja. Guck. Ah, schlauer Mensch. Ja, in der Reihenfolge. Ah, in der Reihenfolge. Wer hat es war nämlich zuletzt auch ausverkauft, ja? Siehst du, das ist auch richtig, weil sonst hätte der André uns jetzt auch schon wieder verbessert. Aber Moment, wir haben dieses Jahr doch erst drei Jobs gespielt. Ja, das Papp ist auch noch. Ja, aber das ist ja gerade noch nicht in Folge. Ne, ne, ne. Pass auf. Bergs war ausverkauft. Ja. Lüdenscheid vorher war ausverkauft. Und die letzten drei auch. Ach, Lüdenscheid setzt du im November auch noch mit. War ausverkauft. Soweit war ich nicht zurück. Ja, dann hast du natürlich recht. Fünf Stück hintereinander. Was haben wir Grund zu feiern? Fünf Stück zu feiern. Wir haben die 125 Episode, damit man die durch fünf teilen kann. Deswegen sind wir heute auch zu fünf. Ne? Aber es ist Quersumme acht. Wow. Dann zieh mal die Wurzel draus. Aus acht geht nicht. Aus 125. Also, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. So, wir machen weiter. Halten wir fest. Ja, warte mal, warte. Es wird morgen wieder eine heiße Rutsche, Rutschpartie. Ja. Es wird sehr heiß und glitschig werden. So würde Dennis das sagen. Heiß und glitschig werden. 12, ja, feucht. Nee, feucht, sag ich immer. 12,143. Ne? Er googelt. Er googelt. Ich hab grad mein Texas Instrument. Da. Wo war er? Der Texas Instrument. Hat er gerade? 11,18. Ich hab mich um eins vertan. Man lese auch komplett vor. 11,18,033988749895. So, jetzt nochmal blind. Und die Superzahl 6. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Hast du noch was zu sagen zu morgen? Oder machen wir das erstmal? Zu morgen kann man eigentlich nur sagen Abriss. So richtig Abriss? So richtig Abriss. Wir können uns aber jubiläumstechnisch auch... André, warst du schon mal in Bergs? Nein. Warum nicht? Das ist ja unfassbar. Was machst du denn morgen? Morgen bin ich quasi im Dunkeln Würstchen verkaufen. Ach ja, morgen. Im Dunkeln. Undercover. Und wir werden Würstchen verkaufen. Phosphorwürstchen. Ja. Er hat Phosphorwürstchen. Nein, nein. Du meinst Uranwürstchen. Da steht mit Phosphat, nicht mit Phosphor. Ach so. Alter, Phosphor leuchtet nicht im Dunkeln. Außer du zündest es an. Richtig. Du meinst Uranwürstchen. Uran, ja. Ja. Die Brennstäbe quasi. Ja, richtig. Zwei Brennstäbe mit Currysoße. Ja, also Bergs ist immer ein geiler Abriss. Nee, ist schön. Beim nächsten Mal. Okay, aber ist ja ausverkauft, habe ich gehört, ne? Nee, noch nicht. Ich höre mal für dich. Also wenn du mich fährst, kriegen wir noch Platz. Ich habe sogar einen Lappen. Äh, Führerschein meine ich. Einen Lappen. Ja, einen Lappen. Ich habe sogar einen Lappen. So, ich lehne mich zurück. Was war? Was ist denn passiert? Ihr habt was zu erzählen. Ach, wir waren ja, am Samstag waren wir im House of Keys. Letzte Woche Samstag. Ja, wer denn? Ja, der, äh. Na wer? Na, der André. Ja, der war auch da. Ne? So als Podcast-Star war er auch vertreten. Mhm. Äh, der Dennis, der Liebe und ich. Mhm. Wir haben noch Klaus mitgenommen und noch ein paar andere. Und waren quasi Spezialgäste. Im House of Keys Heinsberg. Bei einer Live-Show quasi. Leider einer ziemlich spezial nachher. Aber erzähl weiter. Ja, aber die machen halt alles. Die machen nicht nur Escape-Room und Konzerte. Die machen auch Live-Shows. Wie hat es euch denn gespeichert? Ich wusste nicht, was mich erwartet. War super. Ja? Ein kleiner Teil nicht so. Der Rest war super. Wow. Wenn du erzählst, habe ich das Gefühl dabei gewinnen. Du warst dabei, oder? Ja. Was soll ich sagen? So, das sagt meine Tochter auch immer so, wenn die von der Schule kommt. Wie war's? Ja, super. Wir sind ja gerade in den Ständer. Ja. Cool. Links mal einer. Mach dich ein bisschen nervös, der Tochter Mann. Ich brauche jetzt nicht fragen, ob einer den Schneeblut-Tag gefeiert hat am Dienstag. Wir sind mit viel Erwartungshaltung nach Heinsberg gefahren, um Rätsel zu lösen quasi. Die Rätsel selber dürfen wir nicht verraten. Aber was uns an der Tür passiert ist, könntest du schon mal erzählen. Ja, erzähl du mal. Aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht? Ja. Wir waren an der Tür. Also André, du und ich. Ja, und der Rest. Und Klaus. Unsere Gemeinschaft. Ja. Der sieben Ringe. Oder so. Ein Ring. Ein Ring, ein... Ja. Die Gemeinschaft des Ringes. Stimmt. War ein Ring. Wie viele gab's insgesamt? Siehste? Ja, bei Marvel 5. Jetzt bin ich raus. Deiner, du. Ach, so wankern keine Ringe. Ich wollte nochmal gucken, ob du aufpasst, André. Ich komm nochmal rein. So. Pass auf. Wir standen vor der Tür des House of Keys. Und leider hat diese keine Klinke. Aber eine Klingel. Aber eine Klingel. Es öffnete sich die Pforte. Aufmachte uns eine schwarz-grün gefärbte Grazie, die da fragte, wie ist das Passwort? Und wir etwas verwirrt reingeschaut haben. Und Tom verschlug ist die Sprache. Wir wollten einfach rein. Es war kalt. Tom wandte sich fragend an Klaus. Du warst aber auch ganz ruhig, ne? Ich hatte eher gedacht, du wärst nicht so aufbausierde. Was steht die da im Weg rum? Lass uns mal rein. Ja, ich wollte gucken, was passiert. Ach so. Tom wandte sich fragend an Klaus. Ja, Zwischenfrage. Wie stelle ich mir vor, wenn eine Frau schwarz-grün gefärbt ist? Haare. Er meinte die Kopfhaare. Ah. Ja, ich habe das jetzt vorausgesetzt. Okay. Wie sage ich die Kopfhaut auch? Siehst du, das war dein Problem. Deswegen bist du führerscheinlos zum Flughafen gebracht worden. Weil ich vorausgesetzt habe, dass... Ja, du setzt einfach zu viel voraus. Du setzt die kognitiven Fähigkeiten deiner Mitstreiter hier voraus. Richtig, ich habe auch die Intelligenz bei unserem Bassisten vorausgesetzt. Also, es wurde ein Passwort... Alter, ich habe vier Seiten! Es wurde ein Passwort abgefragt, was wir nicht wussten. Spiel du mal deinen bronzenen Bass. So. In Gülden. In Gülden. Wir fangen nochmal von vorne an. Ja, also, wir waren an der Tür. Die grün-schwarze Grazie fragte nach einem Passwort und wir waren sofort aufgeschmissen. Das heißt, wir haben schon den Rätselabend verkackt, bevor wir überhaupt drin waren. Da fing das nämlich die ganze Show eigentlich ja schon an. Ohne Passwort, kein Einlass. Das war schlecht. Und ich überlegte... Ja, Passwort, Passwort, was soll ein Passwort, Passwort? Ich sag, Band? Nein! Das war's nicht. Und dann standen wir erstmal da. Ja. Aber das ist ganz lustiger. Und dann wurde Bina Klaus erstmal beschimpft, weil sie die E-Mail, die Einladungs-E-Mail nicht richtig ist. Von wem wurde sie beschimpft? Von der Einlassperson. Von der Grazie. Nein, eigentlich von dir. Auch. Und dann mussten wir echt nochmal die komplette E-Mail durchlesen, um rauszufinden, dass da tatsächlich dieses Passwort stand. Währenddessen rauchten wir noch 17 Zigaretten und es war minus 45 Grad. Aber es war nicht so, dass man das Passwort hätte einfach so ablesen können. Nein, auch dort musste man in der E-Mail ein Rätsel lösen, um an das Passwort zu kommen. Da ging das schon los. Das war schon streng. Wer hat das Rätsel denn eigentlich dann gelöst? Bina. Was war das Passwort? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit dem Vogel. Lolli. Passwort. Lolli. Irgendwas mit dem Vogel. Lolli. Lolli. Vogel Lolli. Es war Lolli, genau. Es war der Lolli. Aber noch schöner war, dass die schwarz-grüne Grazie einen Button an Toms Kappe bewunderte. Dann sagte sie, hey, das ist eine coole Band. Gehst du da auch ab und zu hin? Du musst den Zuhörern auch erzählen. Jeder weiß, was das für ein Button da dran ist. Nein, jeder außer ihr auf diesem Planeten wusste, was das für ein Button ist. Ein La Ultima Button. Toll. Ich glaube, sie kannte den Button schon. Sie hat noch nicht ein Räucher. Du hast das falsch verstanden. Sie kannte den Button und hat darauf reagiert und hat gesagt, du hast auch so einen Button. Der ist aber cool, weil die Band ist auch so cool. Ja. So. Worauf ich dann sagte, da gehen wir auch mal hin. Und dann hast du dich kaputt gelacht. Ja. Über das arme Mädchen. Ja. Du hast so laut gelacht. Und sie war total verstört. Ich hätte es ihr trotzdem nicht verraten. Weil ich nicht voraussetze, dass man mich erkennt. Tom war natürlich in seiner Ehre gekränkt und hat sie dann darauf hingewiesen. So. Ähm. Guck mich nochmal genau an. Ich bin etwas näher mit der Nase nach vorne gegangen. Und dann hat sie mich erkannt, erschrocken und ist weggelaufen. Aber die Tür war offen. Erkannt. Das geht doch gar nicht. Wollte ja eigentlich auch gar nicht erkannt werden. Nee, das haben wir gemerkt. Und wir konnten reingehen. Hallo, ich bin Tom. Band. Ich. Sänger. Sänger. Na, Ultima. Junge. Äh, Mädchen. Hab ich ja gar nicht gesagt. Ja. Es wurde umgehend gut gemacht. Mona empfing uns mit einem Prosecco. Ja. War ein herbes Tröpfchen. Ja. Auch krass für so eine Rocker-Gemeinschaft. Erstmal Prosecco. Ja. Im Foyer. Kann man machen. Zu uns genommen. Und dann wurden wir zu unseren Plätzen geleitet. Wir hatten VIP-Plätze zur Show in der ersten Reihe. Das Thema eines Abends war Casino Royale. Die einzigen, die nicht dementsprechend gekleidet waren, waren wir. Ja. Also auch das stand, glaube ich, in der E-Mail drin, dass wir uns hätten dementsprechend kleiden müssen. Das habe ich wohl überlesen. Gehe ich von außen. Wobei ich gehe auch von außen. Das stand direkt unter dem Rätsel mit dem Passwort. Was war denn in den heutigen Casinos? Also jetzt nicht in Monaco oder Rimini. Aber wenn man jetzt so in Holland oder so ins Casino geht, muss man sich denn dann dann auch superkleiden? Da wahrscheinlich schon in der Spielhalle hinter dem Haus auf Kies wahrscheinlich nicht. Nee. Du musst ganz relativ normal ins Casino. Es wird aber gerne gesehen, wenn du etwas feiner angezogen hast. Also keine Flip-Flops. Ja, du musst aber halt auch nicht im Smoking wie James Bonta auch. Ich finde die Begrifflichkeit, das wird gerne gesehen, geil. Wenn das nicht gerne gesehen wird, was passiert denn dann? Dann fliegst du raus. Eben nichts. Ja, aber es ist trotzdem gerne gesehen. Ja. Nee, pass auf. Ich hatte mich da interessiert in Phantasialand. Da gibt es ja diese Show abends. Fantissimo. Ja. Das ist ja so eine Galashow mit Essen und so. Das steht wirklich in der Beschreibung hier. Es wird erwartet, dass man in Galakleidung, feiner Kleidung kommt. Ja gut. In Straßenkleidung kommt man da nicht rein. Das ist ja was anderes. Wenn du nicht reinguckst. So ist das bestimmt im Casino auch. Trotzdem reinkommst du schon mal im Casino. Nein. Du warst noch nie im Casino? Ich habe kein Glück, deswegen. Ach so. Also wenn du das Casino in Rheith, da kannst du auch rein, wie du willst. Das ist scheißegal. Ja? Ja. Das steht für sich selbst. Wir haben ein Casino in Rheith? Ja, die Spielhalle. Die Spielhalle. Die Spielhalle, du. Mando. Spielothek. Das ist früher BNB Hammer. Pas auf. Casino in Rheith. Haben die da Jetons? Haben die da einen Kartenausgeber? Mit Casino in Rheith meint der den Typen mit dem Hütchenspiel hinter dem Busbahnhof. Genau. Entschuldigung, wenn ich mit Ihnen jetzt hier Hütchenspiel muss, ich bin Spoking. Alles. War überhaupt einer von euch schon mal im Casino? Dann sagt er, nein, aber blank mache ich sie trotzdem. Du fährst ja mal nach Holland, warst du da mal im Casino. Wieso Holland und Casinos? Kommst du da drauf? Ja, weil die da ja legal sind. Die sind ja auch an jeder Straßenecke. Die Casinos ja nicht. Die sind an jeder Straßenecke in Holland. Ja. Remond. Gut, kann man da ja in den Koffeeshop. Ja, kann man natürlich nicht sehen, wenn man laufen und in den Koffeeshop rennt. Also ich war auch noch nicht. Ich würde auch gerne mal in so ein Casino. Ich war auch noch nicht. Und daran sehen wir, wir sind ein sehr intelligenter Podcastkreis hier, weil das Glück ist mit den Dummen. Ja, Moment. Aber wenn du Karten... Ich war schon im Casino. Wenn du ganz intelligent bist und kannst die Karten lesen beim Blackjack... Nochmal, achso, ja gut, das entschuldigt es. Aber ich war im Casino. Das entschuldigt es. Ich war in Reno, Nevada im Casino. Nee. Nee. Hast du am einarmigen Bandit gespielt? Ja. Ich habe einen Dollar in den einarmigen Bandit gespielt. Einen Dollar? Ja, das war symbolisch gemeint. Ich wollte es einmal getan haben. Ich bin nicht empfänglich für Glück. Und dann bist du weggegangen und hast du nicht mitbekommen, dass du den Haupt gewinnen hattest. Nein, den hatte ich nicht. Ganz kurze Zwischenfrage. Ich weiß nicht, ob sich jemand mit Polizeidienst auskennt. Und wie würde man eigentlich einen einarmigen Banditen festnehmen? Handschelle an Arm und Bein? Fuß? Schwierig, ne? Das geht. Stell ich mir jetzt gerade so vor. Das geht. Ja. Die Idee war schon nicht schlecht. Taser. Ganz klar, Taser. Oder einfach niederknüppeln oder an seinen zweiarmigen Kumpel dran fesseln tun. Ja, aber wenn der gar keinen Kumpel hat, dann suchst du dir halt einen. Ich sag mal so, Inklusion bedeutet auch, dass ein einarmiger Bandit genauso viel auf die Fresse kriegt wie einer mit zwei Armen. Richtig. Amen, Bruder. Hab ich von Bekannten gehört. Um nochmal auf das Thema des Abends zurückzukommen. Genau. Ach ja. Wir können es aber verkürzen. Es war ein echt witziger und unterhaltsamer, kurzweiliger Abend. Ja, wir dürfen ja nicht alles verraten. Nee, wir dürfen nicht alles, aber wir können es empfehlen. Es waren tolle Rätsel. Es gab Rätsel. Gemeinschaftslösungen. Musik. Show. Ja. Verbrecher mit Äxten und Gewehr. Seitdem wissen wir auch, dass André S. aus MG So, neues Thema. Das Biene-Maja-Lied unfassbar geil performen kann. Ja. Deshalb wird er das nächste Mal, liebe Zuhörer, wenn wir bei einem La Ultima-Konzert sind, wo André dabei ist, bei Biene-Maja auf die Bühne kommen und das dann performen. André, kommst du morgen? Wie gesagt, wie gesagt, leider nicht. Jetzt mit euch auf der Bühne gerne. Es gab auf jeden Fall Bewirtung am Tisch und es gab eine Pause mit Hors d'oeuvre. Ja, ganz viele Kleinigkeiten zum Essen. Es war echt toll. Krebsschwänze. Ja. Was? Krebsschwänze. Und Tintenfischringe. Auch. Kleine Schnitzelchens. Schnitzelchens, ja. Kugelfischpansen gab es auch. Mini-Brötchen mit Leberkäse. Ja, hier. Oh, geil. Mini-Leberkäse. Wir können es nur empfehlen. Ich glaube, geht mal auf die Internetseite. Die nächste Show ist, glaube ich, im April. Geht einfach auf hok-hs.de. Genau. Da gibt es alles. House of Keys. Und da gibt es dann noch eine Live-Show, glaube ich, im April, wo auch noch Plätze frei sind. Ihr solltet euch das mal antun. Es ist wirklich eine richtig geile Sache. Dann geht er davor oder danach noch in Escape Room. Ja. Und dann am 13.05. kommt er noch auf unser Konzert da. Und gibt auch Jägermeister da. Ja. Den braucht man auch nach dem Gäbchen. Apropos Jägermeister. Sagen wir mal? Apropos Jägermeister, lass doch mal einen Bohnenkamp trinken. Jaja. Also das ist jetzt halt die Überleitung. Hol mal raus, die Scheiße. Ja, der hat ja noch nicht angefangen zu reden. Das mache ich immer erst, wenn ich den Bohnenkamp in der Hand habe, damit ich weiß, ob 44 Kräuter oder 45 Prozent oder andersrum. Du hast aber, die letzte Ansage war auch sehr schön. Ähm, 44 Kräuter und 45 Prozent oder umgekehrt. Ich wusste es nicht. Oh, danke. Hier geht es weiter. Es geht weiter. Mmh. Wo ist es weiter? Ah. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Jubiläumsfolge zur 125. Episode wird Ihnen weiterhin präsentiert von der Firma Domritter. 20 Milliliter, 44 Prozent, 45 Kräuter, die wir uns nun lecker die Kehle runterlaufen lassen, werden. Sehr zum Wohl. Raus. Wo bleibt denn der Alkohol? Die kriege überhaupt nichts mehr zu tun hier. Mmh. 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 Schon krass. Ja. 99 Cent für viermal magengeschwürt im Glas. Das geht man sonst nirgendwo. Wahnsinnig. Aber ich brauche immer noch einen kurzen Moment zum Verarbeiten. Dann hätte ich in einem kurzen Moment noch eine Frage. Ja. Da noch einen. Wie war mich eigentlich diesen Auftritt zu verdanken am Wochenende? Der Mona. Ja. Die habt ihr mit... Wer hat sie angespitzt vorher? Keiner. Keiner. Wir waren der festen Überzeugung, wir müssen, weil wir von der Band sind. Aber die wollte uns genau aus dem Grunde schonen. Das war genau wie mit dem Karaoke-Lied nachher auf Gute Freunde. Ich hab gedacht, ich müsste es machen und es wurden andere rausgesucht. Im Prinzip hat André... Ich hab da nichts mehr zu tun. Im Prinzip ist André selber schuld. Bitte? Weil sie hat ihn ja auch mit... Wer ist hier der größte Klugscheißer im Raum angepriesen? Sie hört halt den Podcast. Ja, und dann hast du doch den von Mona den... Ja, aber irgendeiner hat die doch... Nein, 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 nein. Wir haben doch gar nicht gewusst, was im Programm vorgibt. Meine Rache wird ja auch furchtbar sein. Sei froh, dass du nicht die Elsa warst. Vielleicht hattest du aber auch einen... Vielleicht hattest du auch deinen Stachel ausgefahren. André in den blauen Kleid. Der See glänzt weiß auf den Bergen. Maja. 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 Das ist gut. Du bist ja auch schon mit der Willi. Wir machen heute einen Dolby Surround-Podcast. Die unterhalten dich da und wir unterhalten uns hier. Nicht mehr schmeißen. Wir splitten den Ton einfach. Ist doch geil, oder? Ja. Könnte der Horst, der könnte das Panorama ein bisschen verschieben hier. Das ist geil wie so für schizophrene. Links eine Unterhaltung, rechts eine Unterhaltung. Ich verschiebe mir auch mal ein Panorama bei einem hier. Ja, Moment. Jetzt überlegt mal. Wenn wir bei so vielen Leuten jetzt zwei Themen gleichzeitig besprechen, das heißt, ihr da hinten... Sind wir viel schneller durch. Nee. Dann haben... Der Zuhörer kann sich ja tatsächlich auf eine Sache einstellen. Dann hat er aber die Möglichkeit, den Podcast zweimal zu hören und hat immer neuen Inhalte. Wie soll denn das klappen? Wie soll denn der das raushören? Also ich kann mich auf zwei Stimmen konzentrieren. Selektives Hören. Können Hunde übrigens auch. Nur als kleine Anmerkung. Ja, Hunde. Aber nicht so irrt könnt. Ich kann mich nie auf eine Stimme konzentrieren. Nee, da hat er... Dann wäre ein dualer Podcast quasi. Ich habe mit meiner eigenen Stimme im Kopf genug drückt. Was? Hörst du es auch? Ja, ich höre es auch. Sonst noch irgendwas passiert. So eine gemütliche Runde. Also mit euch würde ich gerne mal campen gehen. Oh ja, campen. Campen? Ja, mit euch würde ich campen gehen. Haben wir früher immer gemacht, campen. Ja, bei Rock am Ringen. Das war aber kein Campen. Das war eher sowas wie... sich gehen lassen. Nee, ich habe auch schon davor hier gezeltet und so. Ja, nicht mit mir. Nee, mit dir. Nee, sagt mit euch. Früher war auch krass, die Mutter von dem Hesselhoff, die hat den auch immer dazu aufgefordert, ne? Der hat dann immer gesagt, camp David! Boah, ähm. Schön. Sehr schön, sehr schön. Werd der Torben sich doch über seinen Witz kaputt lacht. Boah, du bist aber noch nicht. Nee, ich muss. Der war okay, ne? Der war, der konntest du bringen. Der kam. Der kam. Der Dennis braucht immer noch. Nee, scheiße. Ging nicht. Der ist kaputt. Schade drum. Immer den. So, durchgefallen. Habt ihr denn früher auch gerne gezeltet und so? Oder jetzt nur, weil er musste bei Rock am Ringen, weil wir die Kohle für ein Hotel nicht hatten. Früher ja. Weiß nicht. Ich geh das mit, früher ja. Früher ja? Heute nicht mehr? Ja, jetzt würde ich aus anderen Gründen zelten. Also, was ist denn, wenn wir heute zelten müssten? Also, ich kann dir ja sagen, wie es ist, weil ich ja zelten muss, einmal im Jahr. Und wir fahren ja allseits bekannt über Pfingsten, fahren wir immer mit dem Schützenzug raus und dann zelten wir. Letztes Jahr war mein Highlight-Jahr, weil wir hatten ein großes Haus in Belgien gemietet. Und er erzielt so mit so vielen Emotionen. Und wir hatten dort Betten. Im Ferienlager. Ja. Also, wirklich ein Haus mit Betten drin und Lattenrost, was übrigens keine Geschlechtskrankheit ist. Geschlechtskrankheit? Ja, Lattenrost. Wow. Und darauf eine Matratze. So, und dann... Was für eine Matratze, Tom? Hm, Doppelfederkern. Nein, keine Ahnung. Verkauft ihr auch Doppelfederkern-Matratzen? Ich wollte gerade sagen, ich komme mir gerade vor mit so einem Verkaufsfernsehen. Ja. Und wenn Sie jetzt kaufen, kriegen Sie dieses 130-teilige Messerset noch gratis dazu. Und den Abdamanaser. Und was kostet das? 69 Euro Versand? Das ist ja fast geschenkt. Und wenn Sie jetzt einer der letzten 50 Leute sind, die anrufen, kriegen Sie nicht 20, nicht 30, nein. 40% Rabatt. Wählen Sie jetzt diese 32-stellige Nummer von Ihrem Festnetz-Telefon und zahlen Sie ein Vermögen. Das ist ja ganz großes Kino. Ja. Jetzt auch mit Rechnung. Aber klar nachregelt. Klar nachregelt. Aber jetzt lass uns das mal eben aufbröseln. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz darauf zurück. Ja. Und einmal im Jahr muss ich halt zelten. Ja. Und früher habe ich es gerne gemacht. Und heute ist wirklich zelten in dem Alter nichts mehr für mich. Genau. Das nur vor allem. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt es aber. Wenn wir denn jetzt nochmal zelten müssten, wie müsste das aussehen und was müssten wir haben, damit wir das überleben, beziehungsweise am nächsten Morgen oder nach dem Wochenende, wo wir zelten waren, sagen, damit konnten wir leben. Ohne Frauen. Was bräuchten wir? Ohne Frauen. Ja, da könntet ihr ja jetzt. Also ohne Frauen. Ich meine, wir machen es ja. Aus Gründen. Okay. Wir machen es ja eine sehr, sehr lange Zeit und wir haben natürlich auch mittlerweile alles da, was wir brauchen. Und wir haben ja schon unser perfektes Zeltwochenende geschnürt. Jetzt haben wir natürlich hier in unserer Podcastrunde den absoluten Camper-Profi sitzen, der, wenn ich das erzählen würde, was wir so alles da haben, wahrscheinlich trotzdem die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Weil der Jochen ist ja ein absoluter Camper-Profi. Das ist ein Profi. Wir haben extra einen Experten eingeladen. Das ist einfach übertrieben. Das stimmt. Jochen, Jochen, was braucht man denn, um ein perfektes Camping-Wochenende? Was muss man denn da haben? Man sollte auf jeden Fall näher ans Mikro gehen. So ein Üppst-Zelt? Ja, genügt. Jeder das, was er gern hätte. Du kommst mit einem Zelt und einem Gaskoch-und-Dose-Ravioli, kommst du schon weit. Ne, das geht heute nicht mehr. Ne, ne, also das funktioniert nicht. Was ist so mit Zahnbruchst, eine Intimdusche oder so? Wird überbewertet. Ja. Okay. Deswegen auch ohne Frauen. Also was ja ganz wichtig ist, ist ja für morgens hier diese Dusche, die dann von der Sonne aufgewärmt wird. Wie heißt das hier? Solardusche. Solala. Das muss man schon mal haben. Also da finde ich schon mal ganz... Hat mir das damals bei Rocker... Ne, da gab es das noch nicht so, ne? Da gab es nur das Dixi-Klo. Ich hatte einfach so diesen Wasserkanister halt. Genau. Ja, das war kalt. Das war ungefähr so kalt. Da kann man wiederum sagen, der Jochen ist ein Edelcamper. Der hat eine private Nasszelle. Auch nicht jedes Jahr. Oh. Wie eine private Nasszelle? Im Zelt? Ja, es gibt auch Campingplätze, die haben separate private Sanitäranleihen, die die dazu mieten. Nur für dich selbst? Für dich selbst. Normalerweise muss man richtig recht um eine private Nasszelle ran. Aber Landgrafenstraße nicht so viel. Das ist eine andere Geschichte, ja. Da hast du einen eigenen Schlüssel. Kannst du ja immer Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Ich glaube, das hat noch keiner benutzt. Das finde ich geil. Das möchte ich gerne als geflügeltes, der nicht schimpfwort, unter der Gürtellinie wocht jetzt in die Masse streuen. Was? Nasszelle? Ja, anstatt so böse Wörter zu sagen für das weibliche Geschlechtsteil, sagt man einfach Nasszelle. Was wäre denn ein böses Wort? Otze? Zum Beispiel. Also Nasszelle nimmt so als Synonym für das weibliche Geschlechtsteil. Könnte man machen. Ja, aber es gibt doch schon Feuchtgebiete. Ja, aber es klingt Nasszelle, klingt noch ein bisschen... Aber es gibt ja auch Trockenzellen. Richtig. Das ist, wenn die Frau dich scheiße findet. Ah. Oder Ü90. Ja, dann wahrscheinlich doch wieder, aber anders. So. Lassen wir das. Wo waren wir stehen? Das ist dann die finnische Sauna. Aber ja, beim Campen. Würden wir denn nochmal campen? Ich würde das tun mit euch, ja. Also ich bräuchte zumindest ein Luftkammerbett. Also das ist das Minimum. Ja, das habe ich auch. So ein selbst aufblasbares Luftkammerbett. Aber für mich alleine schon mal 1,40, 2 Meter. Da willst du allein drauf pennen? Ja, selbstverständlich. Kann ich. Ich brauche Platz. Du Egomane. Deshalb muss auch das Zelt dementsprechend groß sein. Am besten mit festen Wänden. So ein Festzelt, was man sonst tanzt in dem Mai aufschnellt. So eins. Mit festem Holzboden. Ja, aber warum auch nicht? Dixi-Klo. Pass auf, da ruft man den Oellers an. Und fragt, genau. Hör mal, Karl-Heinz, wir gehen zelten. Wir gehen zelten. Und Mosen baust du schon mal auf. Curry-Jupp ist schon losgefahren. Dann kann der aber auch schon mal direkt die Theke einbauen. In dem Zelt. Das ist ja auch ganz wichtig. Mit Kühlschrank und Zapfanlage. Ja, da sind wir aber zum Beispiel, also auch da spreche ich ja als Nicht-Profi-Camper, weil wir es nur einmal im Jahr machen, aber auch aus Erfahrung. Total blöd mit Zapfanlage, weil ich erzähle mal von einem normalen Freitagabend oder von einem normalen Freitag. Wir reisen an, wir bauen unsere Zelte auf. Die haben alle diese Keschua-Wurfzelte. Die sind geil. Die sind aber zu klein. Nee. Ach, hallo. Die gibt es auch in groß. Die gibt es in groß. Und wir nehmen ein Viermann-Zelt zu zweit. So, dann schmeißt du das auf. Dann entfaltet sich das. Dann machst du noch ein paar Heringe rein. Dann hast du ein super Ding mit Vorzelt. Kannst du deinen Köffer schon reinstellen. Innen drin genug Platz. Wunderbar. So, alle Dinge sind aufgebaut. Dann haben wir aber ja noch ein großes Gemeinschaftszelt. Damals so ein Küchenzelt von der Kolping. Das ist riesig. Da können wir, da haben wir die Bierzettkarnituren drinstehen, Städtische und so weiter. So, zu essen gebe ich dann hier entweder große Pfanne, so eine riesen Paella-Pfanne, Gas betrieben und Grill. So, dann haben wir natürlich einen großen Kühlanhänger mit dabei, damit das Bier kalt bleibt. Dann geht der ganze Tag, wird Alkohol getrunken. Bis spät in die Nacht. Ich habe nichts anderes erwartet. Wenn du dann Fassbier hast, hast du ergo auch Gläser oder Pappbecher. Die stehen überall rum. Das ist die Hölle auf Erden. Deswegen Flaschenbier. Dabei ist zu beachten... Ja, aber kann nicht jeder seinen eigenen privaten Bierkrug mitnehmen? Nur einen. Das funktioniert nicht. Denk doch mal ökologisch, Mann. Du sitzt hier, gehst da rüber, wo habe ich ihn gerade hingestellt, nimmst du was Neues? Das ist immer so, das Problem. Wir haben das ja schon probiert. Und dann, auch ganz wichtig, keine Flaschen, kein Bitburger mit Kronkorken. Weil die Kronkorken, ganz am Anfang, stellen wir überall Aschenbecher hin, hängen überall Müllschüten auf, da kommen die Kronkorken rein. So, der Erste, der morgens wach wird, kann dann nämlich erstmal eine Stunde lang aufräumen. Die ganze Kacke, das Looping-Louis-Water noch halb vollgekommen steht, von der Nacht. Die Karten, weil noch irgendwer meinte, wir tuppen jetzt noch. Die dann auch natürlich bei, wir gehen ja Pfingsten, hast du nachts eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, die Karten, die zerfleddern vor Nässe. Da sieht es einfach widerlichst aus. Ja, da hat noch irgendwer, hat sich da noch eine Bratwurst mit Kartoffelsalat oder was gemacht. Hör mal, widerlich. Und dann tausend kleine Kippen, tausend kleine Kronkorken. Und du musst den Platz am Montagmorgen sauber hinterlassen. Also ein bisschen immer wieder. Und das sind diese Sachen, wo du von Mal zu Mal einfach lernst, wie du es am besten machst. Und deswegen gibt es halt hier aus dem Ploppverschluss. Die Aschenbecher werden tatsächlich benutzt. Und es wird abends nicht mehr aufgeräumt. Aber am nächsten Tag hast du dann nicht mehr so viel zu tun. Also wir haben damals rebelliert, mit André sogar noch zusammen. Was heißt rebelliert? Ich bin der Idiot gewesen, der morgens am Abend aufgeräumt war. Im Moment, vor 15 Jahren haben wir dazu gemacht, nicht Kronkorken kippen. Das war nicht das Problem. Das Problem war, hey, wir haben da noch einen Sitzsack. Der ist gefüllt mit 8 Trillionen Styroporkügelchen. Lass den doch mal auseinanderreißen. Das sah aus, als hättet es geschneit im Juni. Das war widerlich. Du warst auch dabei. Der Styropor lag sogar das Jahr später noch da. Den hatte ich auch ein Jahr später noch in der Kimme hängen. Caravanplatz C6C, legendär. Was rutscht du auch mit einem nackten Haarsch über das Feld? Nein, du hattest das wirklich noch eine Woche später. Hast du irgendwie Schuhe angezogen? Was ist das denn? Hast du da, wo wir Freitag sind, als es losgehen sollte. An dem Abend spielte Linkin Park. Wir haben bis Linkin Park spielte gebraucht, um wieder bei Verstand zu kommen. Das stimmt. Wir saßen alle mit Frankie an dem Frühstückstisch. Der Einzige, der gut drauf war, war Tom, der blöde Pisser. Und wir hatten so einen Schädel. Wir saßen wortlos an dem Tisch. Und dann kam noch einer auf die Idee, hey, ich hab hier scharfe Chilisauce. Jo. Die 1.800 Skurril oder wie das ist. Zwei Männer aus Texas mitgebracht hier. Totenkopf drauf. Ja, ja, genau. Mit Toastbrot, mit Toastbrot. Und wir durften das Klo im Karawan nicht nutzen. Wegen einem, den man nicht nennt jetzt. Wieso? Du weißt das nicht mehr? Ja, sollst du da eingehen, wenn einer von euch dann da mit seinem Bierschiss auf die Toilette geht? Da gehst du ja kaputt, wenn du dann... Sagen wir mal so, das Wohnmobil hat Rock am Ringen überlebt. Als du es zurückgebracht hast, war es vorbei. Wer hätte denn unten das Chemie-Ding da rausgeholt und das gereinigt? Wer hätte es denn gemacht? Der Lakai von Camping Crings. Nee, 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 nee. Auch das Ding muss man sauber abgeben. Ja. Ach, bitte. Ja, und da ist ja auch... Zeig mal einmal 200 Euro. Was soll denn das? Dann leckt man das halt aus. So. Genau. Das ist ein Problem. Damals war das auch nicht so mit den Zeichen. Hättest du da ein paar U-Booten reingeballert, ne? Und dann hätten wir da gestanden. Nee, da gab es bei Rock am Ringen gibt es keine U-Booten. Da gibt es konsequent drei Tage dünnen Schiss. Ja, das stimmt. Aber vom Feinsten. Außerdem waren die Dixi... Siehste, das war auch ein Grund, so viel morgens aufzugehen. Ja, weil du um 6 Uhr morgens schon auf... Da waren die Dixi-Kluss gerade frisch gereinigt. Ja. Mit lieblichem Blumenduft. Zack, konntest da draufgehen. Da hat dir auch keiner gestört. Reicht das Wort. Lieblich. Nennen wir es Duft. Ja. Es war viel Duft. Morgens um 6 war die Welt in Ordnung. Da konntest du draufgehen. Das war auf jeden Fall ein Ode-Klosett, was den Sauerstoff verdrängt hat. Wenn du zu lange im Dixi-Klo warst, musste dich einer rausziehen, weil du ohnmächtig geworden bist. Von diesem Duft. Was wäre denn... Also, halt mal fest. Also, aufblasbare Luftkammermatratze wäre schon mal ganz gut. Super. Gaskocher. Pflicht. Haben wir da Strom? Würde mir reichen, nicht? Haben wir auf dem Campingplatz Strom? Ja, 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 klar. Oh, nee. Muss nicht. Doch. Brauchst du. Dann würde ich aber auch den Weber Elektrogrill einpacken. Dann braucht man die Gasflasche nicht zu tragen. Ja, du brauchst auch heutzutage nicht mehr so einen kleinen Campingkocher. Da gibt es mittlerweile echt geile Alternativen. Vor allem, wenn du einen Stromanschluss hast, kannst du dir auch einfach so eine Doppelherdplatte oder was mitnehmen. Ich habe noch immer den Campingkocher von vor 15 Jahren bei Rock an. Ja, aber man macht jetzt ja, dieser Aufsatz, der auf diese Butanflasche geklickt wurde, da. Ja, genau, diese Kartuschen. Ey, du sitzt doch jetzt nicht mehr wie früher barock am Ring, doch im Rasen oder im Gras um diesen Campingkocher rum und jeder kocht sein Ravioli da. Und den Kaffee. Nee, wenn wir das Strom haben. Die Ravioli auch am besten in der von innen weiß beschichteten Dose. Wir sind doch in einem Alter, wo man auch mal ein paar Statements setzen muss. So. Warum nehmen wir nicht die DeLonghi Kaffeemaschine mit mit frischem Bohnen zum Aufbrühen? Ja, Heißluftfritteuse auch noch. Ja, wenn wir Strom haben, haben wir Strom. Ja, aber man kann auch... Du hast nur Strom bis zum bestimmten Punkt. Weil irgendwann fliegen die Sicherungen raus. Ja, wenn jeder morgens gleichzeitig, ich meine, erinnere dich zurück an Rock am Ring. Entweder hatten wir, ähm, entweder hatten wir Musik oder wir hatten Kaffee, weil es zusammen ging halt nicht. Ja gut, unser Stromgenerator war ja auch nicht der Größte. So, und so ist es aber halt auch auf einem Campingplatz, wenn morgens um die gleiche Zeit alle die Kaffeemaschinen anhauen und überall die Tauchsieder mit 2000 Watt reindonnern. Ja, siehst du, du musst nur der Erste sein. Aber wichtig ist auch tatsächlich das selbst mitgebrachte Klopapier, ne? Ja. Niemals das, was vor Ort ist. Das ist ein P40-Schmörgelpapier. Ja, kann man auch vielleicht ein paar TK-Pizzan oder so mitnehmen zwischendurch. Meinst du, für den Elektroofen? Ja, komm, also ich erinnere mich, Jochen, als wir bei Rock am Ring waren, wir hatten sogar unseren großen amerikanischen Kühlschrank mit Eiswürfelkraschern mit. Ja, aber der Eichkrascher war nicht angeschlossen. Ne, aber wir hätten es theoretisch machen können. Ja. Ne, also wir hatten einen zweitürigen amerikanischen Kühlschrank sogar dabei. Also der gehört schon irgendwie dazu. Ja. Aber wir werden ja älter und wir haben ja auch andere Ansprüche als damals. Kino, Räumadecke. Haben wir auch ein Freilich-Kino an dem Wochenende? Kann man. So mit Beamer und so? Kann man. Mit Beamer? Beamer muss. Aber in der heutigen Zeit ist ja alles möglich. Strom ist da. Da sind doch keine Grenzen gesetzt. Da kannst du alles machen, was du willst. Und da kannst du halt auch campen. Du schläfst halt nachts in einem scheiß Kack-Luftfeuchtigkeit-hohen-Zelt. Aber so über Tag kannst du doch trotzdem ganz normal leben. Aber wenn man morgens in diesem Zelt wach wird und die Sonne drauf scheint, das Gefühl bleibt gleich, ne? Ja. Auch dieser Geruch da drin. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ja. Wobei du eigentlich noch weiterpennen willst und denkst, die Atmosphäre hier zwingt mich aufzustehen. Na, es gibt auch Zelte mit dunklen Innenzelt. Da wachst du nicht wach. Das ist stock, du stock. Ich kann euch einen super Tipp geben und der ist wirklich Gold wert. Ich bin eines Morgens aufgewacht und hatte einen so dicken und hochroten Schädel, da ich dachte, nee. Das ist heute nicht weggegangen. So voll warst du nicht. Wir hatten das Zelt falsch aufgebaut und zwar an einem leichten Hang. Das heißt, wir haben die ganze Nacht Kopf nach unten und am nächsten Morgen bin ich wach geworden und hab gedacht, mir schießen die Augen aus der Schädeldecke. Wirklich. Das war ein Sokack. Das war das übelste Gefühl. Und der Tim, Timmy und ich, wir teilen uns halt immer ein Zelt und Timmy wacht auf und sagt so, Alter. Und ich so, ja, das Zelt steht schief. Und dann haben wir es begradigt und dann war es am nächsten Tag okay. Also, der dicke Schädel war ein bisschen da. Früher hat man beim Camping noch so eine Hirnblutung in Kauf genommen. Aber, Alter Schwede, machst du dir ja keine Gedanken, weißt du, kommst an, baust so ein Zelt auf, läst dich da rein, am nächsten Morgen wärst du wach und dann denkst du dir, du plattest. Ja, wenn du vor 15 Jahren der Rock am Ring erinnern, da war, hat man angefangen, da hingen die Leute schon über eine Zäune und die Zelte, die standen, weil sie wirklich auf solchen hängen. Das hat mich interessiert, ja, das stimmt. Die standen fast im 90 Grad Winkel. Die schwebten. Aber wir könnten doch nochmal wirklich mit der Band anhangen, könnten wir doch eigentlich nochmal so ein Wochenende, also wenn es wirklich durchgeplant ist. Ich nehme Spanferkel mit. Am besten ist es immer so ein Sattelschlepper oder was mitnehmen, wo wir alles draufpacken. Also, so Pläsi 5. 5 war laut der Feiner, ja. Anlage. Guck an. Und ein paar Instrumente. Also alles, dass wir auch alles dabei haben. Wir kommen dann mittags zum Saufen, danach fahre ich wieder zurück ins Hotel. Und dann so eine schöne, so eine Area abstecken, wo wir dann quasi das Buch für mich mit. So ein komplettes Entertainment-Programm. Vielleicht nehmen wir auch noch ein Pool mit. Pool mittlerweile kann man auch mitnehmen. Kannst du machen. Darfst du natürlich aufbauen. Warum nicht? Intex, ne? Ja, Intex. Intex hat die tollen Luftmatratzen. Ja. Intex hat Pool. So. Jochen. Ja. Ja. Jetzt. Jetzt komm. Ich bin eben reingekommen. Da saßt du hier. Ich war völlig unvorbereitet. Es ist wunderschön, dass du nochmal da bist. Und als Camper-Profi, bevor wir jetzt in die nächste Rubrik gehen, hast du noch einen absoluten Survival-Tipp, den absoluten Gold-Tipp für Camper, was definitiv nicht fehlen darf. Leatherman wahrscheinlich noch. Gaffer, Kabelbinder und Leatherman. Das sind die drei wichtigsten. Ja. Damit kann ich alles machen. Ja, der Jochen nimmt auch gerne Leute mit auf Camping, aber die wollen nicht. Und die kommen auch nicht zurück wahrscheinlich. Und wo wäre der, deines Erachtens, beste Campingplatz, um dies zu tun? Dein Lieblings-Campingplatz. Far Far Away. Ganz schön dunkel hier im Wald. Was soll ich denn sagen? Ich muss den ganzen Weg allein zurück, ne? Wie hieß der Wald, wo du gesondelt hast? Im Hürtgenwald. Im Hürtgenwald. Ja, lass doch mal im Hürtgenwald campen. Toll, der haust einen Hering im Bode. Ruff. Was macht er? Ruff. Puff. Jetzt ist er weg. Ruff. Ruff. Wann warst du denn das letzte Mal campen? Das letzte Mal campen tatsächlich mit dem Rock am Ring. So einige Ausflüge mit der Würstchen-Fraktion. Das war vor 15 Jahren. Kann man auch campen nennen, aber war nicht so luxuriös. Aber so, das war das letzte Mal. Aber schön war es. Ich weiß noch nicht mehr viel, aber schön war es. Die Bilder sagen, es war schön. Die Bilder sagen, es war schön, ja. Ich habe alle Fotos noch, es war schön. Man sagt, es war schön, ja. Warst du zweimal, nee, einmal mit? Nee, er war beide mal, zweimal mit noch. 2007 und 2008 war der dabei. Moment. Nee, 2006, 2007. Nein, der André war noch einmal dabei. Ich war einmal mit. Einmal. Wir waren, das erste Mal waren wir, also wir drei und Frankie. Das war 2006 und 2007 waren wir auch noch mal. 2007 war ich. 2007 war ich. André mit. Ah so. Und Irrn. 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 Irrn war auch da. Irrn war auch da. Die finden teilweise jetzt 15 Jahre später noch Bierflaschen, die er vergraben hat. Nee, da waren ja noch mehr mit. Ja, da waren noch mehr mit. Ach so, hier. Kalli. Tobias und so. Nee, nicht Kalli. Kalli, ja. Doch, Kalli, ja, ja. Den haben wir doch aus dem Zelt von fremden Frauen rausgezogen. Ja, laufend, ne? Das war davor, wo ich nicht beinahe. Wo ist Kalli? Und dann hört sie hin. Ah, wo ist das? Ah, da ist er. Zack, hat sie wieder an den Füßen rausgezogen. Der war auch mit, stimmt, ja, ja. Das Schöne war, man hat ja auch immer irgendwelche wildfremden da mitsitzen gehabt auf einmal. Du brauchst ja nur Bier und eine Grillwurst und dann ging das. Ja. War schon schön. So, aber was gibt es sonst so außer Campen für wunderschöne, unterhaltsame Freizeitaktivitäten? Wir haben ja drei Mitglieder unseres Kegelclubs. Ja, es gibt ja, was haben wir schon gemacht? Bowling, Paintball, ne? Im nächsten Monat gehen wir wieder Paintball spielen. Was haben wir noch auf der Uhr? Wie heißt das? Wo man sich in Fußbälle steckt? Ne, man ist in großen, wie so Luftballons quasi und muss dann Fußball spielen. Wie heißt das nicht? Samurai, hier, die dicken, Sumo. Sumo. Sumo-Fußball. Wo kann man das machen? In Düsseldorf oder so. Ja, da gibt es mehrere Stellen. Das ist auch eine kleine Nummer. Dann kommt er in so einen riesengroßen Luftballon rein und sieht dann auch, glaube ich, ziemlich bescheuert aus. Da braucht er so Luftball. Ja, ein Fußballführer. Da brauchst du nicht. Das ist ja nicht so schlimm. Da reicht die Regenjacke, die du vor 15 Jahren beim Camping angezogen hast. Die war super. Das war quasi ein Zelt zum Anschiegen. Ich habe ein Poncho mit. Das ist das schönste Foto, was ich hier von dir geschossen habe. Der sieht aus wie der letzte Vollidiot. Ja, aber es hat geholfen. Ja. Auch dafür braucht er keinen Poncho. Eben. Sagen wir mal so. Kann ich es auch machen. André und ich waren nass, aber wir sahen gut aus. Ja. So. Aus wie bepisste Pudel. Aber gute bepisste Pudel. Aber besser. Und nicht wie ein Loch. Ach, ja, könnte ich doch mal. Was ich jetzt entdeckt habe, das Dibet-Fohl habe ich gehört in Leverkusen auch, in über Palenberg, Ägypten, Stadt, wie heißt das? Statt hier, nicht Tret-Car. Go-Kart. Go-Kart, danke. Statt normales Go-Kart gibt es... Tret-Car. Ja, Bobby-Car wollte ich sagen. Ket-Car meint er. Ket-Car. Ein Tret-Car. Eine Wortfindungsstörung, aber treten musst du da. Ja, dieses Tret-Car. Ja. Trinkt ihr noch was? Also ich wusste, was gemeint ist. Ja, ich jetzt auch. Wir können auch gleich noch was trinken. Der Jochen hat einfach mitgebracht. Ähm, Ägypten, Mario-Kart in echt. Das sollten wir auch mal machen. Soll ich mir das vorstellen? Das ist der Hammer. Du bist quasi in einer komplett abgedunkelten Go-Kart-Bahn. Da seh ich ja nicht, wo ich hinfahre. Stopp. Ich bin ja noch nicht fertig. Die ist abgedunkelt, weil die komplette Strecke plus Effekte und du kannst sogar Effekte auslösen, wie auch immer die das machen, dass die auf dein Go-Kart bezogen sind, die Strecke wie bei Mario Kart wird auf den Boden gebeamt. Deswegen ist der Raum dunkel. Es kommt alles über Lichter. Und du kannst tatsächlich Bomben abschießen und so eine Scheiße. Rote und grüne Panzer. Ja. Könnte ich der Pilz sein? Du hast einen Pilz. Ja. Dennis möchte eh Peaches sein. Also wenn ich Tom so angucke, wie der mich gerade anschaut, würde ich sagen, du bist Goomba. Du bist ein Goomba. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Du bist ein Goomba. Ich weiß nur, dass es da einen Pilz gibt. André wäre auf jeden Fall so, boah. Donkey Kong. Bei Donkey Kong haben wir auch drüber nachgedacht. Nee, das muss der auch sein. Ey, was habt ihr für einen Mario Kart gespielt? Früher gab es Mario, Luigi, Yoshi, Yoshi. Toad, Bowser, Koopa. Wer ist denn jetzt der Pilz? Toad. 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 Der ist Toad. Dann gab es Bowser, die Prinzessin hier Peaches. Dann gab es doch King Kong. Donkey Kong. Donkey Kong gab es auch. Im ersten Mario Kart, doch, habe ich hier, Super Nintendo steht da. Habe ich. Ja, Donkey Kong. Der sah nur nicht so aus wie in dem Spiel später. Aber es gab da Donkey Kong. Der war nämlich, es gab ja immer zwei, die ungefähr gleich waren. Und Donkey Kong war genauso ein fettes Schwein wie Bowser. Bowser, ja, ja. Genau. Später haben sie noch Wario und so da rein. Ja, da war ja alles Blödsinn. Das kannst du nachspielen. Super Sache. Wo wir auch einen Ausflug mal hin machen könnten. Da sind wir eh, wir sind eh schon verstrahlt. Römisch-Germanische Museum. Nee, in Kernis Wunderland. Was kann man denn da? Da habe ich schon. Kernis Wunderland da unten oben in, wie heißt denn das da? Kalkar. 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 Ja. Für Flatrate kommst du da rein. Also die haben erstmal so nette Sachen wie auf so einem alten Atommeiler. Haben sie ein Kettenkarussell gestellt. Sehr schön, interessant. Da kannst du auch Go-Kart fahren. Nee, da sind auch jede Menge Junggesellenabschiede und so. Die saufen sich da die Hucke zu. Und du hast Flatrate, Softdrinks, Pommes und Softeis. Das ist alles viel zu viel Zucker. Ja, besonders die Pommes. Ja, finde ich auch. Viel zu viel Zucker. Softeis und Softgetränke. Merkste. Aber da kannst du dich auch richtig wegbrechen. Ja, was hast du denn noch für Freizeitaktivitäten? Was könnte man denn machen? Moonlight-Golf oder was? Wer feiert denn Junggesellenabschied bei Pommes, Softeis und Softdrinks? Ja, und die saufen sich da noch weg. Ja, das musst du halt extra bezahlen. Ja, aber das ist ja wieder, genau. Das musst du nämlich dann extra bezahlen. Hä, Blödsinn. Ja, das ist halt Quatsch. Ja, wo gibt es denn heutzutage noch eine Alkohol-Flatrate? Auf der AIDA. Das ist doch mal ein Zeitvertreib. Mindestens einer von uns macht den Kübelböck. Hundertprozentig. Er war nie wieder gesehen. Ja. Ja, ich würde auf die AIDA, bevor ich mir da den Softeis und 20 Pommes da reiztelle. Geht ja gar nicht immer Tom-Mailer. Ich habe ein Teller Pommes gegessen. Wart, warum soll ich noch einen zweiten und dritten essen? Wir sind so kleine... Da bist du eh ins Bett. Richtig. Ja, dann schlag doch mal was vor. Was können wir denn noch machen? Was sind denn geile Freizeitaktivitäten? Wir können einfach mal einen schwer saufen gehen. Im Phantasialand. Ja, André und ich werden mehrfach im Phantasialand haben. Wir haben uns da richtig die Kante. Aber richtig. Wir haben eigentlich nur zwei oder drei Fahrgeschäfte und dann Vollgas. Hoch die Tassen. Ich würde dir gerne auf meinem 40. Mal so einen Indoor-Spielplatz komplett mieten. Warum das denn jetzt? Nur für uns. Ja, was meinst du? Jetzt pass mal auf so einen Indoor-Spielplatz. Wenn du 20 Männer mit Alkohol in einem geschlossenen Indoor-Spielplatz einsperrst, passieren Dinge. Mein lieber Freund. Bleibe ich da trotzdem am Tisch sitzen. Du gehst gefälligst mit mir rutschen. Außerdem darfst du mit dem Bier eh nicht in die Bälle. Nein, dann schoen. Pass auf. Mein lieber Freund. Wir haben jetzt knapp zwei Jahre lang Maske getragen und sind nicht mehr resistent. Pass auf. Der will auf die Bälle anspielen. Nicht nur die Bälle. Unhygienisch. Aber das ist, glaube ich, das dreckigste und asozialste, wo man sich drin rumtreiben kann. Und ich glaube, wenn wir da hingehen, nur weil du deinen Geburtstag da feiern willst, gehen wir danach alle mit, was weiß ich, mit Fußpilz, Herpes, irgendwelchem Ausschlag. Mund- und Klauenseuche. Ja, das ist mir wert. Ne. So viel Bonne kann man sich gar nicht auf der Haut machen. Dann fahren wir gar nicht weit. Wir fahren nach Kars in Ikea. Ja. Da hast du nämlich ein Bällebad. Da hast du Soft-Eis. Das kostet 50 Cent. Und Hot-Dogs. Ja, stimmt. Hot-Dogs für einen Euro. Das ist fast so wie in Karnis Wunderland. Die Flatrate, die du für 20 Euro kaufst. Wenn du für 20 Euro beim Ikea frisst, platzte. Platzte. Ja, aber dann haben wir immer noch keinen Alkohol bekommen. Noch nicht. Noch nicht. Ein schwedisches Bier, oder? Der Profi nimmt ein Kassenbier mit in Ikea. Setz dich oben in so eine schöne Wohnlandschaft rein. So. An so einen Küchentisch. Und schön auch noch den Kronkork an dem Küchentisch aufgeschraben. Da kommt der Verkauf. Aber man sieht ja, wir müssen die Küchentheke doch testen. Ich fände, das wäre auch voll die Goldgrube für Ikea. So kurz bevor die Rolltreppe bei dem neuen Ikea da in Kast hochgeht, so eine kleine Bar aufgebaut, platzieren sie ihren Mann hier. Ja, da bin ich sowieso für. Die verdienen Heidengeld. Also in Kaufhäusern, also Männer gehen ja, also ich schon, aber grundsätzlich, Männer gehen ja nicht so gerne einkaufen. Und die werden ja dann am Wochenende dann quasi von ihren Frauen meistens gezwungen. Ja. Und die müssen ja das dicke Portemonnaie auch mitnehmen. Ich bin auch dafür, dass man in so großen Kaufhäusern eine Männerzone einrichtet. Es gibt ja für die Kinder, gibt es ja meistens den Kinderhort. Ja, aber zu selten. Ja, und wenn gerade am Wochenende, ich sage ja, viele Fußballbegeisterte, zum Beispiel Samstags 15.30 Uhr, dann müssen die da mit den Frauen durch. Warum? Um jetzt Ärger zu vermeiden, auch um schlechte Laune zu vermeiden, da gibt der Mann doch lieber sein Portemonnaie ab. Dann würde ich schlechte Laune bekommen. Setzt sich, ja der muss es ja eh abgeben, aber dann brauche er sich in dem Augenblick nicht ab. So, dann setzt er sich da schön hin. Hauptsache es ist ruhig. Bei Sky-Fußball und beim Bierchen und kann mit den anderen Männern wenigstens den Nachmittag schön da verbringen. Der kleine Tom möchte von der Theke abgeholt werden. So, dann kommt nachher die Durchsage, oder? Der ist rotzevoll. Der belästigt gerade die Kinder. Der kleine Tom möchte unter der Theke abgeholt werden. Dann kommt die Frau, Schatz, Schatz, ich habe da noch ein Sofa gesehen. Hips, witz, egal. Kauf es, kauf es. Das wäre doch super, oder nicht? Ja, aber auch die Rolltreppe hoch, dann liegen da immer Teelichte. Und die Duftkerzen, diese verflickten Duftkerzen, diese Dreierpacks-Handtücher, Servietten, so was. Da müsste einfach beim Hof fahren, müssten so die Kisten drinstehen, da einfach so raus. Du musst nur an der Kasse leeren Flaschen abgeben, du kannst während des Einkaufes trinken. Es muss mehr Ender drinstehen. Wobei würden die Männer rumstehen. Und wie viel Zeit, ja guck dir ruhig doch an. Guck mal, jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo du gehst jetzt mit der Frau, weil ich keine Ahnung, nach H&M, so. Oder in so einen Dessous-Laden oder irgendwas, so. In den Dessous-Laden würde ich noch mitgehen vielleicht. Die Frau sucht sich deine Klamotten aus und dann geht die ja da in eine Umkleidekabine. Meistens ist auch noch Stau mittlerweile heutzutage ja mit Schlange und so, bis du da mal drankommst. Die Zeit des Wartens, die muss doch irgendwie entertaint werden. Ja. Die muss doch irgendwie überbrückt werden. Die Männer stehen da mit der Handtasche und warten. Das ist ja schon das Schlimmste. Aber da muss doch irgendwie, muss das überbrückt werden. Und da müsste doch eine Theke sein oder irgendwas oder wenigstens eine Playstation 5, dass irgendwas gemacht werden kann. Du hast ja nicht mal eine 1 zu Hause, weil willst du mal eine 5 bei Ikea? Playstation, bevor der es auf deine Frau bezieht. Vielleicht eine 4. Okay. So, was hast du da? Wir haben ein Gastgeschenk von Jochen mitbekommen. Soll ich mal vorlesen? Mhm. Ole oder Ole Smoky Moonshine. 20% Alkohol. Blackberry Moonshine. Du bist auch so ein Moonshine. Und jetzt? Ja. Nee, kann man trinken. Muss man da probieren. Ja, komm, ballert in das Glas rein. Aber da sind wir wieder, also 20%, ne? Das ist quasi wie das Kernisaufen da mit Softdrinks. Das geht gar nicht. Entschuldigung, ich hab nicht auf den Fenster geguckt. Ich hab auch noch von unserem... Nein, ist okay, aber 20%. Ich hab noch den 80%igen Strohrumpf da liegen. Das ist gut gegen Fußpilz. Scheiße. Klappt das? Ich brauch noch nicht. Das klappt nicht. Also, für die Hörer, er versucht den Deckel drauf zu drehen. Mach du das mal hier. Ist schon wieder schief. Ist schief, deswegen. Ich kann das nicht. Vielleicht passt der auch nicht. Das könnte sein. Das ist kein Original-Moonshine. Doch, ist ein Original-Moonshine. Guck mal. Hat er es geschafft? Guck an. Dann kann der Torben das auch in die Gläser... Na ja. Handwerklich begabt. So, ein Moonshine. Guck mal, da kommst du noch was raus. Du möchtest einen frommen? Ja, komm, einen nehme ich. Guck mal einer? Ja, ich nehme nur einen Nippo. So muss aber gut sein. Ein Nippo ist getroffen. Ich weiß ja nicht, wie es schmeckt. Nur zum Probieren. Ich nicht. Ich muss mal fahren. Danke. Hier fährt keiner mehr nach Hause. Ich bin nur auf Tabletten. Ich bin nur auf Tabletten. Dann kommt es aber richtig gut, glaube ich. Wenn halt die Stimme jetzt von weg geht, oder wenn ich da blind von werden sollte. Als hättest du jemals eine gehabt? Eben. Von 20% wirst du nicht blind. Nein? Nein. So. Bestimmt nicht. Jochen, auf dich. So, auf Jochen. Auf den Blackberry Moonshine. Prost. Prost. Mhm. Das schmeckt ein bisschen wie... Nö, das ist doch süß. Wie Hustensaft. Mhm. Na ja, kann man machen. Also... Jochen, danke schön. Ja, sehr nett von dir, Jochen. Du bist ein guter Mensch. Ich weiß. Wo hast du den geholt? Holland. Ne. Am Drankgigant. Am Drankgigant. Am Drankgigant. Wahnsinn. Weißt du, jetzt wo ich den probiert habe, kriege ich direkt Bock zu spielen. Ne, ganz kurz. Freizeitbeschäftigung. Hast du noch eine? Fahrt bitte nach Holland. Und zwar in... Flüssingen. Flüssingen. In den Drankgigant. Das ist eine Freizeitbeschäftigung... Für Männer. Da... Ja. Da kannst du einen ganzen Tag drin verbringen. Wieso nur für Männer? Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So gut. Hammermäßig. Dann muss ich da mal hin. Also... Bier... Schon ein Pfad. Keine Ahnung. Ich meine, halt... Wenn du einmal da oben bist, wo du da irgendwo Westkapelle, Domburg, wenn du da in der Ecke bist, musst du da hin. Das ist wirklich... Bier habe ich mir gar nicht angeguckt. Sollst du trinken. Da bin ich gar nicht hingekommen. Schnaps. Also Wodka. 100 verschiedene. Whisky. 200 verschiedene. Wein. Kommst du nicht mit aus? 500 verschiedene. Nee, ist Wahnsinn. Gin, Rum, Whisky, Regale voll und von dem Günstiger, also von dem Tim Beam bis halt zu einer 1000 Euro Flasche. Also das ist der Wahnsinn. Wollen wir auch nicht zeigen, wenn es einem gut geht, ne? Ja. Ja. Direkt freigekauft. Also Tim Beam. Mit Live-Verkostung. Gut. Ja. Gerne kannst du jetzt... Das fängt nicht von vorne an. Achso, das war doch... Ich will doch nur spielen, ich will doch jetzt, ne? Also du willst was spielen. Ja. Dieses ganze Gerede von Camping und Freizeitaktivitäten hat mich dazu gebracht. Wir sind in so einer illustren Runde mit fünf Personen. Ich möchte nochmal meinen Koffer packen. Ja, tut dir doch keinen Zwang an. Mach doch was. Um Campen zu fahren. Zum Campen. Ja. Und zum Campen packe ich meinen Koffer und nehme mit meinen Blackberry Moonshine. Moment, ist das deiner oder ist er jetzt vom Kollektiv? Zum Campen meinen Blackberry Moonshine, Mann. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit... Nein, 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 nein. Nein, nein, jetzt hast du es gesagt. Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Blackberry Moonshine vom Kollektiv. Mhm. Toll, ich kriege das raus. Ich habe jetzt schon vergessen, was du mitnimmst. Tom, direkt so, weißt du, raus. Ja. Also fahren wir den jetzt Campen? Kann ich denn seinen Blackberry Moonshine mitnehmen? Oder muss ich den vom Kollektiv? Boah, Alter. Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Blackberry Moonshine. Okay. Also ich packe meinen Koffer und nehme mit den Blackberry Moonshine. Und? Den von Jochen vorgeschlagenen Leatherman. Das. Den. Das Messer der Leatherman. Quatsch. Na gut. Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Kollektiven Moonshine. Ne, ist er ja nicht mehr. Ne, ist er nicht mehr Kollektiv. Du bist raus. Ich nehme den Kollektiv mit. Den, das Leatherman, was Jochen wohl vorgeschlagen hat. Und dazu nehme ich noch mit, eine Hundeleine. Aha. Ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit den Blackberry Moonshine, das Leatherman, die Hundeleine. Nein! Den Leatherman. Den Leatherman. Nein, den von Jochen vorgeschlagenen Leatherman. Das ist mir scheißegal. Ich habe es ja selbst vorgeschlagen. Also. Die Hundeleine. Und den Berger Koffergrill. Den was? Wem? Den Berger Koffergrill. Berger Koffergrill. Ich bin doch. Ich nehme mit Dennis Moonshine, Black Moonshine aus Gedöns. Das ist der von Kack direkt. Das nehme ich mit, das von Jochen vorgeschlagene und auch sein, der Leatherman. So. Dann nehme ich Andres Hundeleine mit. Hier den Bergers Tischklappgrill. Koffergrill! Ja, er muss ausklappen. Also den Berger Koffergrill. Und ich nehme mit zwei Kilo saure Gurken. Ich packe meinen verfickten Scheißkoffer und nehme mit. Unser aller Blackberry Moonshine. Der, die das Leatherman. Andres Hundeleine. Den Berger Koffergrill. Zwei Kilo saure Gurken. Und meinen Döner Bratgerät. Aha. Ja. Dann nehme ich mit, ob er jetzt vom Kollektiv ist oder nur vom Dennis. Ist egal. Ich darf trotzdem davon trinken. Den Blackberry Moonshine. Den von Jochen vorgeschlagenen Das Leatherman. So wie Andres Hundeleine. Des Weiteren nehme ich mit den Berger Koffergrill vom Jochen. So wie zwei Kilogramm Saure Gurken, die der Tom sich wünscht. Darüber hinaus nehme ich noch den Döner Stationsbratgeräts Drehmechanismus mit. Den Dönergrill. Und ich nehme noch mit ein 50er Pack Hakele Feuchtücher Kamille. Ich nehme mit den Blackberry Moonshine. Der, die das Leatherman. Meine Hundeleine. Dein Berger Koffer Klappgrill. Saure Gurken. Zwei Kilo. Zwei Kilo saure Gurken. Können wir noch sagen von Kühne. Das Döner von Haribo. Halt das Maul jetzt. Kalorien reduziert. Döner Spießgerät Drehding. Und Hakefeucht Tücher Geschmack Kamille. Kannst du auch Zitrone, wenn ihr dann nämlich keine Teebeutel mehr habt. Oder Kamille geht gut. Kannst du auch noch was mitnehmen. Dann nehme ich noch Rizinusöl mit. Ach verdammt, ich bin jetzt schon raus. Den Moonshiner von Heidelberg. Von Heidelberg. Ach wunderbar. Mein Leatherman, was Toms vorgeschlagen hat. Die Hundeleine. Den Berger Koffergrill. Zwei Kilo saure Gurken von Haribo in Notfall. Das Döner Spießgerät. Das Hakefeucht Toilettenpapier. Das Renotiusöl. Renotiusöl. Das Rhinocerosöl. Ritiusöl oder wie es heißt. Und was nehme ich noch mit? Den. Nicht so lange Pause machen. Faltsieb. Was? Was? Sehen? Warum hat der immer so komisches Lachen? Ein Faltsieb. Also ich nehme den Blackberry Moonshiner mit. Ich nehme das von ihm vorgeschlagene Leatherman mit. Die Hundeleine. Den Berger Koffergrill. Meine zwei Kilo sauren Gurken. Seinen Döner Drehspießapparat. Das Gerät. Hier das Hakefeucht Toilettenpapier. Hakefeucht. Hakefeucht. Dann das Rizinus-Rhenocerosöl. Hier das komische Sieb. Faltsieb. Und ich nehme mit anderthalb Paketes Möhrebrot. Boah, Alter. So, meine Damen und Herren. Ich mache das jetzt kurz. Blackberry Moonshine. Leather. Leatherman. Die Döhne. Hundeleine. Koffergrill. Zwei Kilo sauren Gurken. Berger Koffergrill. Entschuldigung. Zwei Kilo sauren Gurken. Döner Bratgerät. Also Moment. Hier. Hakefeucht. Rhinocerosöl. Klapp, Sieb, Spaten, Dings. Was hast du gesagt? Warte, warte. 1,5. Also anderthalb. Jetzt verrat doch nichts. Ich habe ja nur gesagt, die Menge. Nee. Ist weg. Norden. Lecker. Knusper, knusper. Es wäre Bröt. Es wäre Bröt. Das wäre Bröt nehme ich mit. Und dann noch meine Biografie von David Hasselhoff. Ich nehme mit ein saftiges Fick dich. Ich nehme mit hier den Blackberry leckeren 20%igen Superschnaps. Des Weiteren nehme ich mit, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Doch, Jochens vorgeschlagenen Dust Leatherman. Eine Hundeleine, den Berger Koffergrill und zwei Kilo saure Gurken, vorzugsweise Haribo. Des Weiteren ein Döner-Bratgerät und 50er-Pack-Hackle feuchtlicher Geschmacksrichtung Kamille. Genutzeros-Rizinusöl und ein Falzsieb. Darüber hinaus diese hier anderthalb Packungen. Kilo. Nein, Packungen. Schmürrebröt, vorzugsweise von Vasa. Und der Dennis, der nimmt nämlich mit, was total Exklusives, nämlich die Biografie von David Hasselhoff, der auch campen musste. Und darüber hinaus nehme ich mit ein 40-Watt-Handyladekabel-USB-C. Alter. Habe ich Mittelteil vergessen. Ich habe den Anfang schon vergessen. Ja, ich nehme mit den Moonshiner Moonshine Blackberry-Geschissengedöns. Dann nehme ich der, die das Leatherman mit, vorgeschlagen von Torben und Jochen. Dann nehme ich die Hundeleine mit. Dann die zwei Kilo saure Gurkenfurt. Ja, raus. Was? Den habe ich vergessen. Ah, fuck. Gott sei Dank. André ist raus, Jochen. Nee, wir fangen neu an. Nein, nein, nein. Jochen muss weitermachen. Nein. Doch, sicher. Na klar, weitermachen. Entweder weitermachen oder wir fangen neu an. Nee, weitermachen. Dann machen wir lieber weiter. Äh, Blueberry Moonshiner. Nicht! Blackberry! Oh, Blackberry. Nee, das war was anderes. War das kein Blueberry? Den hast du doch gekauft. Entschuldigung. Okay, Jochen ist raus. Jochen, du bist raus. Willst du dich noch fangen? Gott sei Dank. Nee, du bist raus. Ich hätte gerne den Blackberry Moonshiner mitgenommen, dann hätte ich... Von Jochen vorgeschlagenes Leatherman, die Hundeleine, den Berger Koffergrill, meine zwei Kilo sauren Gurken nehme ich mit, dann der Dröner-Döner-Bratspieß-Gerät. Dröner-Bratspieß. Das ist auch gut. Hakke, Feuchtücher, vorzugsweise Duftstoff-Kamille oder Geschmack. Geschmack. Dann nehme ich mit das Rhinozio aus Rizinusöl. Dann hier das Klappsieb. Meine anderthalb Pakete... Mein anderthalb Pakete... Was hatte ich gesagt? Smörrebröd. Danke, Torben. Schön. Danke, Torben. Dann die David-Hesloff-Biografie. Dann nehme ich mit vom Torben... Was hat er ja noch mitgenommen? Es hatte 40 Watt. Also es hat... Oh, was es gar nicht gibt. Ein 40 Watt-Ladekabel-USB-C... Ladegerät-USB-C. Mein Ladegerät hat 40 Watt. Ernsthaft? Ja, aber es gibt keine... Diskutiert nicht! Mach weiter! Der André war raus. Der Jochen war auch raus. Und ich nehme dann mit... Was nehme ich denn mit? Boah, ich brücke schon mal für mich den Zweck, ey. Ich nehme mit... Was ist das? Sag was! Eine Tiffany-Deckenleuchte. Boah, Alter. Blackberry Moonshine, Leatherman, Hundeleine, Berger-Koffergrill, 2 Kilo saure Gurken, Dönerbratgerät, 150 Tonnen Hakele, Toilettenpapier, Geschmacksrichtung Kamille, Rhinozerosöl, Falzsieb, 1,5 Packungen Smörrebröd, die David-Hesselhoff-Biografie, dann das 40 Watt-USB-C-Ladegerät, raus, raus, und ich weiß schon wieder nicht, was du als letztes gesagt hast. Wie eben, warte, 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 warte. Das fällt mir bestimmt. Eine Tiffany-Leuchte und dann nehme ich noch mit eine Flasche Phenophthalein. Was? Gesundheit. Das ist so ein Typ, der ist Fan... Das macht er jetzt aber auch extra, ne? Der ist Fan of Thalein. Ja, aber das macht er jetzt extra. Ja, natürlich mache ich das extra. Ja, nee, das ist toll. Nur, dass du gewinnst, oder was? Das ist ein Indikator in der Chemie. Wie heißt das? Phenophthalein. Phenophthalein. Also, wenn du Fan von Thalein bist, dann bist du Fan of Thalein. Und du bist raus? Ja. Das war ein Haus bei... Ich mache mal. Oh, Blackberry. Ramlam. Hier, Moonshine. Wie dünns? Ich, Jochen, das vorgeschlagene Ness-Weatherman. Die Hundeleine. Der Berger-Koffergrill. Zwei Kilo saure Gurkenvorzugsweise von Haribo. Der Döner-Drehspieß-Bratgerät. Das ist das Hering. Hakele, Feuchtdücher, 50 Stück in Geschmacksrichtung Kamille, sowie Rhinoceros-Nuss-Rizinus-Öl. Das Falzsieb. Packt der Jochen ein, weil der Tom darüber hinaus noch anderthalb Packungen Vasa-Smirrobrot einpackt. Und der Dennis, damit ihm nicht langweilig wird, die David-Heseloff-Biografie. Dann, um mein Handy zu laden, nehme ich mit ein 40-Watt-USB-C-Ladegerät, obwohl ich einen Lightning-Anschluss habe. Und beim iPhone nur mit 15 Watt laden kannst. Und ist aber völlig scheißegal, weil der Thomas nimmt nämlich eine Breakfast-at-Tiffanys-Deckelleuchte mit und der Dennis, Fan of Thaline. Flüssig, 500 Milliliter. Und was nimmst du noch mit? So, und dann nehme ich mit ein Alter, sag was. Ein Nordmende-Röhren-Fernseher. Idiot. Ich nehme mit dem Blackberry-Moonshiner. Ich nehme mit das Leatherman, die Hundeleine, den Berger-Koffergrill, meine zwei Kilo sauren Gurken, das Döner-Bratspieß-Drehgerät, dann Hackelfeucht in Kamille, das Rhinozeros-Rizinus-Öl, dann das Faltsieb, meine anderthalb Packung ins Möhrebröt, deine David-Hesloff-Biografie, dann das 40-Watt-völlig-übertriebene USB-C-Ladegerät vom Torben, du bist raus, du bist raus, ich nehme mit meine Tiffany-Deckenlampe, dann nimmt der Dennis dieses Fenizil, 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 Fenizil 500 Milliliter. Lass ich gelten. Und du nimmst deinen Nordmende-Fernseher mit. Röhren-Fernseher. Röhren-Fernseher, der alte Nordmende-Röhren-Fernseher. Und ich nehme mit, was nehme ich mit? Meine Motorola-Funkstation. Blackberry-Moonshine, Leatherman, Hundeleine, Berger-Koffergrill oder sowas. 2 Kilo saure Gurken-Dönerbratgerät, Hakel-Feucht-Kamille, Rhinozeros-Öl, Falz-Sieb, 1,5 Kilo Smörrebröt, David-Hesloff-Biografie, 40 Watt-Scheiß-Ladegerät, Netzteil-Fick-die-Henne-USB-C, raus, raus, Tiffany-Leuchte, Deckenleuchte, Deckenleuchte, selbstverständlich, eine Flasche Fenoftalein, den Dendemann-Röhren-Fernseher, keine Ahnung, wie der heißt, ja, Lord Mende, so sag ich doch, den Röhren-Fernseher und dann selbstverständlich noch, warum bin ich bei dir immer raus? Weil du dem nicht zuhörst. Was hat, warte, 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 das ist doch ganz frisch, das hat er gerade erst gesagt. Aber ich habe davor ja 100 Wörter benutzt. Ähm, äh, hier. Äh, äh, ach scheiße. Was war's denn? Torben, soll man ein unentschieden gelb? Was war's denn? Das Motorola Funk, die Motorola Funkstation. Wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Komm, wir teilen uns das, unentschieden. Nein, ihr macht doch. Fuck! Nein! Du bist dran! Das wird scheiße. Äh, ich nehme den, äh, du kannst noch teilen. Blackberry Schnaps, ja, ich wäre dafür, er nicht. Doch, aber ich bin dafür. Hier, Demokratie, zwei Gegner. Ich will das hier bis zum bitteren End. Pass auf, ich überlasse dir gerne den Sieg. Pass auf. Ähm, schwarzes, hier, Blackberry Schnaps. Der Leatherman, Jochen vorgeschlagen und so weiter, das, der und so weiter. Äh, die Hundeleine, Berger Koffergrill vom Jochen. Dann, zwei Kilogramm saure Gurken, vorzugsweise von Maribaut. Ähm, das Döner, nee, Quatsch, nein, das David Hasselhoff. Nein, 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 das Döner. Ich hab mich korrigiert. Ach komm, ich hab mich korrigiert. Der alte Mann hat gewonnen. Yes. Der Koffergrill hat gewonnen. Nein, nein, das ist schwer geworden. Juhu. Siehst du, Bina, so dumm bin ich gar nicht. Naja. Die Revanche kommt bestimmt. Wir gehen rüber in, äh, eine schöne Rubrik. Das Rockhütte Mixtape. Oh, wir werden die Tätze rausgeholt. So, ich nehme von der Band Accept, äh, Balls to the Wall. Das akzeptiere ich. Ah. Cool. Ah, 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 ähm, hier wieder auf Tour. Dieses Jahr sogar Deutschland-Konzerte. Fallout Boy. Äh, Sugar, We are going down. Coole Nummer. Ja, that's it. Ja, reicht der, ne? Ja. Ja, äh, Äh, andere Duker. Oh, was war das? Balls to the Wall. Ich nehme das neue Lied von Metallica, If Darkness Had a Sun. Oh, ist ganz neu raus, ne? Ganz neu raus, ja. Klingt genauso wie die anderen beiden. Aber trotzdem gut. Ja, nee, klingt auch nicht scheiße, aber. Aber wie die anderen beiden, das stimmt. Ja, okay. War auf St. Anger auch nicht anders. Ja, die war scheiße. Nee, nur die Snare. Ja, das macht doch ja alles scheiße. Dann nehme ich mal von Alter Bridge Metallingus und das war's. Mir fällt mir nicht mehr ein heute. Oh, Jochen. Oh, hast du dir ein Zettel gemacht? Oh, der Mann ist vorbereitet. Obwohl er gar nicht wusste, dass er heute hier mitmacht. Wer sagt das denn? Ja, du tanzt auf einmal vor der Tür, Mann. Jahrelange Planung. Eben. Den Zettel hat er seit zwei Jahren in der Tiefgetrube liegen. Nein, so stimmt es nicht. Ihm ist furchtgeschrieben noch. Fangen wir an mit Kettka, Sommer auf 89. Oh, wir sind also im Indie-Pop angekommen, ja. Das war noch besser. Was ist denn da los, Jochen? Von Goku? Glocken? What? Wow. Ja, das Lied habe ich schon vor... Chapeau. Schon vorgeschlagen, da habt ihr noch mit Schmerzfeil gespielt. Aber das wollte ich erst nicht spielen. Ja, von so einem Goku kennt man auch nur alle für jeden eigentlich. Nein, Glocken finde ich um einen ist besser. Ich finde den Glocken auch ganz gut. In Verbindung mit Nasszelle. Richtig. New Modern Army, 51 State, 51 State, of America. Haben wir das noch nicht drauf? Kann sein. Mette Ling ist es drauf. Ja? Ja. Dann Billy Joe, We Didn't Start On The Fire. We Didn't Start On The Fire. Geile Nummer. Und End of Sunshine von, aber von Sean James, oder wie der heißt. Ah. Also End of Sunshine habe ich verstanden, aber von wem? Ja, von James Sean, oder wie der heißt. Okay, muss ich ja finden. Nein, ist nicht das Original. Ist nicht das Original. Nicht das Original. Und zwar hätte ich gerne einmal Uptown Girl von Westlife. Hätte ich gerne drauf. Ach. Sehr schön. What is Love von Hathaway nehme ich gerne mit drauf. Was? Hathaway. Hathaway? Ja. What is love? Baby Donald. Lieber André, das hast du früher immer schön mitgegrült. Was denn in meinem Leben nicht? Ja, 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 mein Freund. Und ich hätte gerne, wenn es noch nicht drauf ist, Don't You Forget About Me von Simple. Mainz. Oh, ein Klassiker vor dem Herrn. Ja, das habt ihr schon. Ich glaube auch. Also das hätte ich dann gerne drauf. Und, ach so, ein Klassiker noch. Down Under von Man at Work. Dankeschön. Man Down Under. Ja, genau. Schon cool irgendwie. Coole Nummer. Ja. Ja, ich bin für die nächsten Wochen wieder im Mittelalter angekommen, größtenteils. So siehst du auch aus. Ja, ja, ich fühle mich echt mit... Siehst aus wie so ein Metzger von 1536. Ja. Eine Band, die mir Torben empfohlen hat. Er ist schuld. Zwergenmetal gibt es tatsächlich. Ich hätte gerne Windrose mit Fellows of the Hammer. Großartige Truppe. Finde ich echt spannend. Dann hätte ich gerne noch In Extremo mit Vollmond. Geil. Der Klassiker der Band. Und dann ja doch nicht im Mittelalter. Obwohl doch. Doch, ich nehme erst im Mittelalter. D'Artagnan. Großartige Melodie. Dass die richtig auf die Fresse können, habe ich ja auch durch dich kennengelernt. Mit Westwind. Ja. Ganz tolle Melodie ist das. Ganz tolle Melodie. D'Artagnan, es geht ab. Sie können es. Schön, dass du durch mich auch neue Erfahrungen machst. Musketiere verkleidet. Obwohl, ich kann nicht nur eine Sache. Kann ich nur eine Sache. Ich habe nur eine Sache gesehen. So, damit... Nein, Mensch, stopp. Halt, stopp. Jetzt komm. Mein Zettel. Du hast nicht verzettelt. Wo ist hier mein Zettel? Pass auf. Das hat mich die Tage angelacht. Wisst ihr, wer noch immer... Ha, ha, ha. Ja, wer noch immer existiert, den kennt ihr fast gar nicht mehr. Kennt ihr noch? Rade Abraham. Martin Keseci. Ja, klar, Junge. Der ist der Eskel. Der hat zwei oder drei, oder? Oder? Bei Star Search hat er mitgemacht. Ja, war der nicht. Sat 1. Genau, Star Search auf Sat 1. Der hat ein neues Lied rausgebracht, auf Deutsch. Was heißt diese Welt? Das klang gar nicht mal scheiße. Oh. Das war gut. Martin Keseci. Jochen hat noch eins. Wobei, ich habe noch was. Ja, dann mal los. Peter Cornelius, der Kaffee ist fertig. Der Kaffee. Ja, das ist gut. Das ist gut. Jetzt läutet der Torben das Ende dieser kuriosen Runde ein. Ja. Liebe ZuhörerInnen. Innen. Und außen. Auch das. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt uns treu. Es war wunderschön, zwei Gäste heute mal mit dem Wort zu haben. Wir hoffen, ihr konntet uns folgen. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Wir haben selber nicht verstanden, was hier passiert ist. Gott sei Dank. Ja, also, bevor wir den Podcast beenden mit dem üblichen Spruch, würde ich da ganz gerne noch sagen, das ist unnützes Wissen fortgesetzt von letzter Woche. Faultiere verrichten ihr Geschäft nur einmal pro Woche. Und wenn sie das tun, kann es bis zu einem Drittel ihres Körpergewichts ausmachen. In diesem Sinne, gut Schiss. Alles Liebe, alles Gute. Das kann man so gerne lassen. Und Schiss. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast.rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over. Game over.